Die zu veräußernde Zwei-Zimmer-Wohnung befindet sich in Wuppertal-Ullendal-Katernberg. 1972 wurde das Wohnhaus erbaut. Das Objekt verfügt über ein Badezimmer sowie ein Schlafzimmer. Bei einer Wohnfläche von ca. 61 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Erdgeschosswohnung auf 79.000 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.